Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringe ich dich an Bord. Und damit willkommen zum Rundgang hier an Bord der Niko Spirit. Sie liegt schon hinter mir am Hafen von Koblenz und ich freue mich jetzt gleich mit euch an Bord zu gehen, um euch die Highlights des Schiffes im Rundgang vorzustellen. Das ist der Neubau von Niko Cruises aus dem Jahr 2020, das jetzt im Jahr 2021 die erste Reise gemacht hat und damit eben im Konzept von Niko Modern. Genauso wie die Niko Vision ist es ein Schiff, das optisch sehr viel zu bieten hat, sehr schick gestaltet ist und auf 110 Meter Länge viel zu bieten hat. Also zum einen das Hauptrestaurant, den Salon, Marios Grill, ein Wellnessbereich, aber das schauen wir uns jetzt alles genauer im Detail an. Also viel Spaß. Beginnen wir unseren Rundgang hier auf Deck 3 in der großen Lounge, die ist sehr lichtdurchflutet, hell und gemütlich gestaltet, modernes Design, wie ich finde, sehr toll gemacht und besonders ist vorne dann The Garden. The Garden ist ein Bereich, der sich zusammensetzt aus einem kleinen Wintergarten, wie man ihn bezeichnen könnte. Also mit Glasdach, wo dann viel Tageslicht hereinkommt und davor ist dann noch die Außenterrasse, wo die Gäste die Möglichkeit haben, draußen zu sitzen, das Ganze auch windgeschützt. Denn ja, es ist glasummantelt und man kann dort bis ganz nach vorne in diesen besonderen Bug hier von der Niko Spirit. Von da aus hat man dann einen tollen Ausblick auf die Fahrt, gerade natürlich während der Flussfahrt sehr, sehr schön dort zu sitzen. Ja, und hier in der Bar kann man die Getränke bestellen. Die sind nicht im Reisepreis enthalten. Getränke gilt es extra zu bezahlen oder eben ein Getränkepaket zu buchen. Hier auf Deck 2 direkt unter dem Panoramasalon befindet sich das Hauptrestaurant des Schiffes. Auf der Niko Spirit ist ebenso wie auf der Niko Vision ein Open Seating Konzept, sodass man hier frei nach der Wahl kommen kann, wenn man möchte. Man hat eben Essenszeiten im Programm, aber wenn man dort mal eine halbe Stunde später kommt, ist das auch kein Problem. Außerdem hat man keinen festen Tischnachbar. Das heißt, man kann sich jeden Abend frei platzieren. Es gibt keine Tischnummer, die man für die gesamte Reise hat. Also ein gutes Konzept, wie ich finde, um das Ganze etwas flexibler und offener zu gestalten. Darüber hinaus auch hier unten ein tolles Farbkonzept, wie ich finde, sehr modern gestaltet. Es ist gerade etwas dunkler, weil die Vorhänge zugezogen sind außerhalb der Essenszeiten. Aber nur jetzt kann ich ja gerade für euch ungestört das Ganze hier aufnehmen. Zusätzlich zu dem Hauptrestaurant gibt es hinten am Heck noch den Marius Grill, das Spezialitäten-Restaurant. Das Ganze ist im Reisepreis enthalten. Es wird dort Mittag- und Abendessen serviert. Wie ich finde, ein echter Geheimtipp, kann man vorab reservieren. Und dann hat man dort hinten ein tolles Menü mit einem richtig schönen Ausblick, bei Fahrt sogar mit der Heckwelle. Man kann das Ganze nämlich öffnen und dann hat man richtig schön frische Luft und das Rauschen der Heckwelle mit dabei. Also ein tolles Konzept, dass man eben zwei Restaurants hier anbietet, beide im Reisepreis enthalten und mit einer vielfältigen Küche. Zusätzlich zu dem kleinen Fitnessstudio, wo sich zwei Geräte befinden, das öffentlich nutzbar ist, gibt es dann auch den privat reservierbaren und nutzbaren Saunabereich. Der ist auch im Reisepreis enthalten. Man hat dann eben die kleine Sauna im Hintergrund. Da können zwei Personen gut Platz drin finden. Sie ist nicht allzu groß, genauso wie der ganze Bereich, aber ist ja eben auch nur für eine Kabine gleichzeitig gedacht. Dann gibt es hier noch einen großen Wallpool, einen Jacuzzi, wo man dann drinsitzen kann, auch durchaus aus dem Fenster schauen kann. Man hat hier nämlich etwas Flussblick und es gibt dann noch ein WC und eine Dusche. Ja, ein kleiner, aber feiner Wellnessbereich, wie ich finde, vor einem Flusskreuzfahrtschiff. Und zu guter Letzt schauen wir noch auf das Sonnendeck des Schiffes, denn von hier aus kann man die Flusspassagen besonders gut genießen. Es gibt einige Sonnen- und Schattenbereiche, wo dann auch Stühle und Liegen aufgebaut sind. Was mir persönlich fehlt, ist ein kleiner Pool, wo man dann auch noch aus dem Wasser die Landschaft genießen kann. Das wäre noch so verbesserungswürdig auf diesem Schiff. Aber ansonsten wirklich ein tolles Schiff von Niko Fusis, die neue Niko Spirit, wie ich finde. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen des 110 Meter langen Flusskreuzfahrtschiffes. Schaut gern mal unter meinschiffberater.com vorbei, wenn ihr eure nächste Traumreise buchen möchtet. Damit könnt ihr mich unterstützen. Vielen Dank dafür. Und ansonsten schaut gern mal in die Vlogs rein hier von der Niko Spirit entlang der Mosel mit der Wein- und Genussreise in Kooperation mit Faisdorf. Also vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Kreuzfahrt-Urlauber Fabian.